willkommen zur letzten folge dieser session wir haben die aliens besiegt haben eine weitere aufwertung alufolienhut die hätten vielleicht vor benutzen sollen na gut betreibt ziele nehmen zusätzlichen schaden da kann man nichts mit verbessern okay mit den schaden von stürmerner bulle na dann ach so unsere leute hey wenn 20 leute bei diesem post aufgefällt mir post gewinne klicken kann ich ein ipad gewinnen naja danke dass du gestern mit uns gespielt hast das hat wirklich spaß gemacht ich hoffe du spielst heute wieder mit uns danke nochmal dass du mich daraus gut hast ich versuche ihr habt versucht sie aufzuhalten aber ich bin einfach zu höflich ach so ok jetzt müsste man eigentlich die ganze stadt noch mal durchsuchen da waren ja überall diese teleport dinger wo sind mutter und fahrern hey guten morgen champ guten morgen school's been canceled for a few days sweetie go check it out on the news looks like you have a couple days off school honey more time to meet some new friends in the neighborhood come on sun get out there make friends and that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep here with the report is a midget in a bikini Tom government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened they claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to master construction of a new taco bell which will open some time later this method i do love me some taco bell the mayor of South Park states that last nights tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again aha then raus hier hao oh my god they came out of nowhere there was a huge earthquake and then there was burning in my yard it's horrible you don't understand the elves they took the stick and it's bullshit because that is totally cheating we specifically said no trying to take the stick at night elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base Du hast eine unglaubliche Möglichkeit, schnell Freunde zu machen, Herr Duesch-Bag. Ich schreibe dir auf eine Quest, um ins Land der Zahran zu gehen und eine ganze andere Faktion um Kuba-Keyp. Find die Gott-Kids und gib ihnen das Wort. Gib ihnen um unseres Königs, und wir werden die Drow-Elfen für alle geben! Verdammte Schöner! Nein, Prinzessin. Achso, sie ist wieder mit uns unterwegs jetzt. So, bevor wir das jetzt machen, würde ich aber... ...diese Alien-Dinger finden noch. Hey, du bist populärer! Ich muss in das! Yeah, nur noch vier. Was hast du jetzt noch zu sagen? Keep getting more popular, new kid! Don't let me down! Na, lässt du mich jetzt... ...i nie别 essen. so jetzt sind wir wieder in der kneipe toll na gut gehen wir raus komm du bist du? hey das bedeutet du nicht wissen von mir. Nein, äh, nicht glaubst du alles, was du auf Facebook liest, okay? Mit der Ehen-Sonde kann ich ja auch nicht interagieren, ne? Nee. Danke. 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 Ah, Tempotrank, schade, ich dachte, ein Gesundheitstrank. Ich hab's zumindest gehofft. Wie schalte ich nochmal meine Furze durch? Ich hab's vergessen, verdammt. Ah. Cool. Im Arsch. Oh, ich kann nichts essen, das gibt's ja nichts. Ey, gibt doch. Alter, sind die stark. Wir müssen uns opfern. Ah, verdammt, ich dachte, es wär wieder die... Nein, da lebt noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, kann ich was... Oh, shit. Nein. Dreck, tschüss. Okay, das können wir wohl vergessen. Ich geh trotzdem weiter in diese Richtung erstmal nochmal. Und die lassen wir erstmal noch außen vor, die Typen. Das war der Tempotrank. Nein. Ob Jesus jetzt da ist? Einen Tag später? Ah, jetzt ist er da. Aber wo? Oder ist er in dem Raum da? Ah, ich hab ihn doch gehört. Ah, scheint er nur, wenn's dunkel ist, oder wird? Ah. Ah, well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against Bosses. They're scary. Come find me again for another. Yeah! Sorry, I can only help you once per day. It's not like I can be everywhere at once. Oh. Na gut, zum Abschluss der Folge können wir ja nochmal fetten. Oh. 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 Let's. Die werden ja auch stärker, alter. Tolle Wurst. Das war nicht! Tschüss, und jetzt du, Kenny. Jetzt gibt es wenigstens noch ordentlich Erfahrungspunkte. Und da oben ist der Weihnachtsmann. Oh, oh, oh. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? I hope you haven't been farting on anyone's balls. That would be very naughty. So, Vorteil. Was nehmen wir denn? Äh, du, wenn du verletzt bist, dürfte ich ja... Nee, wieder mit... Pa-pa-pla. Hm, das mit den Hallen und dem stärkeren Angriff ist natürlich nicht schlicht. Ah, das ist gut. Hm, der komische Speicherbär kommt aber auch gar nicht mehr, ne? Hier war... Nichts, ne? Da müsste doch noch ein Penner drinne sein. Dann... ... 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